Wir sind keine Bots. Wir sind keine Bots. Wir sind keine Bots. Ja, und damit wieder mal einen wunderschönen Buongiorno, Ladies and Gentle People. Es ist Sonntag, der 17. März, und ich mache mich jetzt auf den Weg in die Innenstadt. Denn, wie schon im anderen Video angesagt, heute um 13.30 Uhr beginnt am Hauptbahnhof die Demonstration gegen Artikel 13 in der Form, so wie er jetzt ist. Und ich bin mal gespannt, was da so herumkommt. Am 23. wird jetzt richtig abgelöst. Und da müssen wir auch richtig, richtig Stimmung machen. Also, sollten wir gemeinsam dafür, dass Artikel 13 beerdigt wird. Ich bin scheiße, finde ich. Ich möchte keinen Filter haben. Ich möchte das abloggen können, was ich möchte. Ich möchte kreativ sein können. Wir haben jahrelang für meinungsfrei gekämpft und auf einmal wollen sie uns hier vorschreiben, was wir hochladen dürfen, was nicht. Wir sind keine Pots! Wir sind keine Pots! Wir sind keine Pots! Wir sind keine Pots! Wir genießen! Wir sind keine Pots! Untertitelung des ZDF, 2020